Da kann er nie zufälligerweise das Alien schocken. Gucken wir erstmal, was auf dem Terminal hier so ist. Kühlsystem aktivieren. Ah, uns fehlt irgendeine Wasserstoffeinheit. Toll, jetzt kann ich das nicht mehr angucken. Mann, scheiße. Das ist genau über uns. Aber jetzt können wir das wahrscheinlich machen, oder? Hä, warum nicht? Achso, hier brauche ich noch eine. Ah. Jetzt kapiere ich das. Oder muss ich das einfach nur hier machen? Das wäre cool, wenn es jetzt hier irgendwo rauskommen würde. Und dann könnte man es vereisen, so wie in den Alien filmen. Ja, ja, das Alien ist genau über uns. Und das ist nicht so gut. Was haben wir hier jetzt? Haben wir hier vielleicht ein Medikit? Ne, aber eine Kühleinheit. Immerhin etwas. Wo bist du, Alien? Nicht zu sehen, okay. Aber es heißt auch nur... Oder kann auch nur heißen, dass es sich gerade nicht bewegt. Ich glaube, der Bewegungsmelder dürfte das Alien nur erfassen, wenn es sich so auch bewegt. Wenn es das nicht tut, dann haben wir ein kleines Problem. Kann man hier jetzt was machen? Ja, Kühlmittel aktivieren bitte. Ach, das wird schon gemacht haben. Jetzt ist es eindeutig da. Jetzt ist es eindeutig da. Jetzt kommt es gleich hierher. Stinkendes Elgern, ey. Oh Gott. Entschuldigung. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell zurückkommt. Ähm, ich breche dann ab, bis ich das alles wieder gemacht habe. Weil, ja. Zeitverschwendung wäre das nochmal, das alles zu machen. Hier on screen. So, ich habe das Kühlsystem wieder aktiviert. Ähm. Und ich habe auch das Alien ein bisschen geärgert. Oh Gott. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ein bisschen geärgert ist gut, hä? Alter. Ich darf das Ding nicht unterschätzen. Aber jetzt, denke ich mal, bin ich hier weg. Neuverkabelung. Düp, 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 düp. Samuels, da ist eine Dr. Lingard, leitende medizinische Offizierin. In ihrem Büro sollten Sie herausfinden können, wo hier alles gelagert wird. Oh Mann, und jetzt muss ich da zu dem... Oh Gott, da ist es. Kommt's jetzt zu mir? Jetzt kommt's bestimmt zu mir, das Alien. Oder guckt es nur? Jetzt kommt's, jetzt kommt's. Ich hab's gesehen. Oder? Vielleicht geht's sogar. Es ist über mir. Es ist über mir. Das heißt, wenn ich jetzt schnell bin... Tschüss, Alien. Ei, 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 ei. Das Ding ist hartnäckig. Das Ding ist richtig hartnäckig sogar. So, was haben wir denn hier oben? Ach. Das bisschen gefährlicher Strom da, das interessiert uns doch nicht. So. Wir müssen... dahin. Dann mal los. Ich hätte gerne eine Speicher... Station, aber hier hat's keine. Boah, ich drück immer Tab. Ist es gerade irgendwo runtergekommen? Ich glaub, das Alien ist gerade irgendwo rausgekommen aus dem Schacht. Dass das Ding aber auch instinktiv weiß, wo ich bin, hä? Ah, da... Bewegt es sich. Oh Gott. Kann es da rauskommen? Okay. Das kann hier rauskommen, ne? Was haben wir denn hier? Da muss man richtig, richtig vorsichtig sein und aufpassen. Und auch hören. Ich hätte echt gerne was zum Speichern. Mal sehen, was das hier hat, das Terminal. Was das mir hier sagen kann. Ob es mir überhaupt was sagen kann. Hier Lingard. Medizinische Offizierin, Sevastopol-Station. Ich möchte... Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich bezüglich des Index-Patienten der Anesidora unter Zwang gestellt wurde. Ransom. Seaxons Einsatzleiter. Er... Er hat gewisse Drohungen gegen meine Karriere und meine Zulassung gemacht. Das will ich dokumentiert haben. Aber Gott steh mir bei. Diese Frau brauchte Hilfe. Ich wusste nicht, was für ein Parasit das war. Aber er hat etwas in ihrem Inneren abgelegt. Es tut mir leid. Mir waren die Folgen nicht bewusst. Wie denn auch? Vielleicht spricht die da von... ...der Mutter von der. So. Durchsuchen Sie den Operationssaal nach einem Medikit. Na, dann mal los. Ich hätte gerne eine Speicherstation. Ja, ich sehe es. Wir müssten mal... Wir müssen mal, wenn es in eine Richtung gegangen ist... ...müssen wir mal so einen Geräuschmacher hinlegen... ...und in die andere Richtung gehen. Wir müssen mal so einen Geräuschmacher hinlegen... ...müssen wir mal so einen Geräuschmacher hinlegen... ...müssen wir mal so einen Geräuschmacher hinlegen... ...und in die Richtung. ...und in die Richtung. Boah, Alter. Das hat das Elchen doch bestimmt gehört, ey. Behindert. Wie kacke waren das jetzt bitte? Ich will jetzt noch nicht raus. Das ist hier in der Nähe. ...und in der Nähe. ...und in die Richtung. So, das ist schon mal gut. So, perfekt. Wo bin ich und wohin muss ich? Da hinten hin. Ich habe ja noch keine Speicherstation. Scheiße. Aber das Viech verhält sich gerade relativ ruhig. Gott, das ist genau über mir. Der kann jetzt rauskommen, ne?